ich hätte nicht vorher essen sollen leute so erstmal guten tacho leute und ein frohes neues jahr der erste motorblock dieses jahr noch in kw 1 leute jetzt sind glaube ich drei grad oder so scheißegal winter und schürzen an mein winterfell in der sommerjacke drin lange unterhose oder sie wie das heißt unter der jeans für so eine kleine runde reicht hat ja ich hoffe ich bin gerade ein bisschen außer atem weil ich gerade ja meine jacke reinpassen musste mit pullover zwei t-shirts und allem drum und dran ich bin ein bisschen kurzatmig jetzt wahrscheinlich so ist da wenn man sich weihnachten noch voller frisst als man schon ist so leute erstmal vielen 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 dank für die ganzen weihnachtsgrüße und ja neuer jahrsgrüße ich habe echt einige privatnachrichten bekommen ob unter videos oder über instagram und sogar facebook auch heute mega mega geil und jeden einzelnen der mir da geschrieben hat ich hoffe ich habe auch jeden zurückgeantwortet manchmal erwischt man nicht jeden bei mir sind ja noch nicht so viele aber ja leute ich habe auch noch die drohnen im gepäck ich versuche die gleich mal das erste mal schön wetter die luft zu in die luft steigen zu lassen kurz aufnehmen das wird jetzt nicht viel sein weil okay ich merke jetzt schon das ist eine hose ist echt kalt oben um geht es alles aber ich fahre jetzt nur einmal kurz und pudding allein die sonne nutzen weil jeden tag hat es jetzt gerechnet man sieht es ja immer noch nass die straße damit ich jetzt direkt einen blog habe direkt mal die ersten sonnenstrahlen genutzt ansonsten ja sie damit trefft er mich häufig auf twitch an ich werde auch noch ein video raushauen jetzt in den nächsten wochen jahres blick rückblick von 2021 sind ja einige sachen passiert ich wollte das eigentlich zwischen weihnachten neujahr raushauen da habe ich einfach nicht geschafft heute ich hatte einfach irgendwie nicht großartig lust das alles zusammenzuschneiden bin ich ganz ehrlich das mache ich aber jetzt bald und die will mal die fährt immer noch also ich bin echt begeistert von der will mal hier völlig durcheinander alles was mir oben fehlt habe ich unten zu viel die denken sie auch war sehr bekloppt da fährt er hier bei drei grad bei mir auf dem hof war sogar noch wasser gefroren was eine wilde runde wird sowieso nicht bei der nassen strecke mit den reifen sind diese heidenau teile die sind nicht so geil bei feuchtigkeit der brett hat hier oder die brett hat hier wir sind wahnsinnig zumindest also aus und da leute ich hoffe ihr seid gut ins neue jahr gekommen ich probiere jetzt mal mein kleines spielzeug aus wie gesagt nämlich den die neujahrsgrüße hier auf viel mehr wird jetzt auch nicht sein aber es gibt auch etwas was ich jetzt schon anleihe und zwar klein gewerbe anmelden falls youtube mal 1000 abonnenten irgendwann erreicht aber wegen twitch bei twitch bin ich jetzt schon so weit um eventuell einnahmen zu erzielen dafür dass ich halt nur da sitze und zocke und ja bei jedem cent den man nebenher reinholt muss man ja alles anmelden sein finanzamt ist die größte maffa die es gibt ja das finde ich nicht gut also ich finde einfach auf nummer sicher gehen und fertig ende aber so decke ich dann schon alles ab ob es dann irgendwann bei youtube dann auch so weit kommt wenn wir sehen ist natürlich jetzt nicht mein hauptaugenmerk irgendwie da jetzt großartig geld rauszuholen nein wenn der ein oder andere taler kommt am ende des jahres oder so oder unterm strich dass ich vielleicht mal die tankfüllung davon kriege oder so dann bin ich schon glücklich mir reicht das letztendlich schon dass ihr da draußen seid und guckt und mit mir fahrt und meine videos guckt auf jeden fall das ist mir auf jeden fall das wichtigste besteht trotzdem hier drin ist zu kalt draußen und mein atem ist zu heiß gab es ja noch irgendwas was ich ansprechen wollte ja dann mache ich jetzt gleich wenn die drohne in luft ist also raus schneiden mein zukünftiges ich ja schauen wir jetzt gleich mal dahinten aber ist auch relativ windstill meinen die kann schon ein bisschen wind ab weil ich es im garten geflogen habe da war vier oder fünf mal so viel wind wie jetzt jetzt das merke ich ja gar nichts hinter mir z hinter mir ist netz ich habe jetzt gesagt wenn rolle der da oben vom damm runter gefahren ist von ihnen sah das so aus aber es ist nachfolge modell von meiner schöner mercedes vor uns ich muss jetzt gleich echt mal gucken hätte ich jetzt mal ein stückchen also meter feld wie ich kriege wohl links und rechts mal gar keine bäume sind damit ich auch mal die drohne eben kreisen lassen kann auf dem tüter auch noch sonst eigentlich habe ich glaube ich den zweiten akku dabei aber ich glaube zumindest hatte ich den aus der ladebuchse rausgenommen aber wahrscheinlich in der jogginghose drin war ja klar hat mir das jetzt wieder passiert aber die handschuhe sind echt gut jetzt würde ich fahre jetzt auch nicht schnell die ganze zeit ich fahre hier nur ein pudding an der beine merke ich es jetzt schon obwohl ich so eine lange funktionsunterricht an habe aber na gut drei grad sind drei oder ich weiß vorhin heute vor eine stunde sollten wir noch ein grad dann habe ich geguckt auf meiner app da stand jetzt zwar drei grad aber ich weiß nicht ja so z ja jetzt im blauen rucksack teddy bear rucksack hinten drauf dran gehabt hier ist doch ein feldweg oder das hat einen matschweg da probieren wir mal aus hier hier ist zwar matsch aber ist mir jetzt gerade egal seiten stecken da ist auf jeden fall noch dran so reicht so gucken er nimmt auf also ich hoffe ihr könnt ihr doch alles sehen würde ich jetzt hier gerade machen da sehe ich ja schon was dann gehen wir mal direkt auf starten und ich warte erst mal oben satelliten zeugen das ist schon mal gut mit erhöhter vorsicht fliegen machen wir startpunkt aktualisiert perfekt dann gehen wir auf starten und los geht's 4k ja leute 1 weil ich jetzt noch danke sagen wollte können wir mal jetzt hier auf der lust auf der aus der luft machen da die drohne ist ja kein ton aufnimmt muss sich den helmen jetzt auf lassen weil ich sie über die gopro aufnehmen erst mal gucken alles kann heute erstmal vielen vielen dank dass wir die 400 abonnenten noch dieses jahr voll gemacht haben was hast du gesagt gerade was macht die kleine geil ist dann einfach nur und ja hat mich mega gefreut ich hätte nicht gedacht dass wir das noch zu neuer zu jahreswende noch schaffen jetzt haben wir sogar schon 407 glaube ich habe ich heute morgen geguckt mega geil ich freue mich auf jeden fall auf dieses jahr bin mal gespannt was auf youtube noch so alles läuft sind auf jeden fall ein paar sachen geplant ein paar sachen holen wir nach auch mit dem einen oder anderen youtuber leute ja ich versuche jetzt hier noch ein paar sachen zu machen vielleicht bin ich das noch ein und wir sehen uns im nächsten video wieder leute haut rein schaltet ein kanal abonnieren video liken oder was auch immer leute schön kommentieren hab teil dran ich freue mich über alles mögliche was da kommt und wir sehen uns leute bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020